Zentral am Wittlicher Marktplatz im Alten Rathaus liegt das Georg-Meistermann-Museum. Es zeigt in seiner Dauerausstellung nicht nur Werke des Glaskünstlers, insbesondere seine Interpretation der apokalyptischen Reiter, es bietet auch Raum für wechselnde Sonderausstellungen. Der Eintritt ist frei und bislang wusste niemand, wie viele Menschen die Einrichtung tatsächlich besuchen. Der Wittlicher Stadtrat hatte deswegen eine Besucherstatistik angefordert, die nun wiederum für Diskussionsstoff sorgt. Erfasst wurden bei dieser Zählung jedoch nicht nur die Museumsbesucher, sondern alle Besucher des Alten Rathauses. Lag zum Beispiel eine Trauung an, wurden alle Hochzeitsgäste gezählt, egal ob sie nun ins Museum gingen oder nicht. Auch dieser Mann, der eigentlich nur Eintrittskarten für ein Konzert kauft, geht in diese Zählung ein. Von Ende September 2007 bis zum 18. November 2008 kamen so 6.150 Personen zusammen. Die Freie Wählergruppe erklärt, das Vulkanmuseum in Strohn, ein Dorf in der Eifel mit 500 Einwohnern, habe 15.000 Besucher jährlich. Die Kreisstadt Wittlich bekommt mit 20.000 Einwohnern jedoch nur 6.000 Besucher ins Museum. Die CDU wünscht sich dagegen differenzierte Auskünfte über die tatsächliche Besucherfrequenz des Georg-Meistermann-Museums. Wie eben bundesweit üblich. Die SPD hält die Diskussion über die Art der Ermittlung für nebensächlich. Immerhin werde dargelegt, wie die Zahlen zustande kamen. Für sie ist immer noch offen, welche Kompetenzen dem Kulturamtsleiter gegeben sind. Auch die FDP findet es bedauerlich, dass abermals ein Anliegen des Stadtrats so fragwürdig umgesetzt worden sei. Ihre Anfrage im Jahre 2002 sei mit Kopien des Gästebuchs beantwortet worden. Kosten und Nutzen eines hauptamtlich beschäftigten Kulturamtsleiters müssten infrage gestellt werden. Die Grünen finden, es könnte nicht allein darum gehen, wie hoch die Besucherzahl in welcher Institution sei. Das Georg-Meistermann-Museum sei ein nicht zu unterschätzender Standortfaktor und eine wichtige Kultur- und Bildungseinrichtung. Diese zu erhalten sei wichtig. Und so dreht sich in der kommenden Woche nicht nur das Karussell auf dem Weihnachtsmarkt, sondern weiterhin alles rund um das Thema Museumsbesucher, dann wieder im Stadtrat.